Die Vorbereitung war ok. Ich denke, dass die Testspiele nicht so waren. Die Ergebnisse waren nicht so, wie wir es sich gerne vorgestellt hätten. Aber ich denke, jetzt am Samstag wissen wir, worum es geht und wir sind voll fokussiert. Der Urlaub war sehr wichtig für uns. Der Herbst war schon anstrengend mit den Euroleague-Spiele. So hat jeder noch mal richtig gut abschalten können und ich denke, jetzt können wir noch mal richtig durchstarten. Die Bedingungen waren super in der Türkei, das Wetter und Plätze waren alles top. Ich hoffe, dass das in der Meisterschaft so weitergeht. Wir kennen die Mannschaft natürlich schon sehr gut und wir spielen sehr oft gegeneinander. Sie sind körperlich sehr robust. Wichtig wird, dass wir die Zweikämpfe dagegen halten und sie werden viel mit langen Bällen agieren und da müssen wir uns halt unserem Mann stellen. Und dann können Sie unsagen. So haben Sie das K Stream, wir können jetzt schonversuch letzten Markungen sagen, was wir probieren. Untertitelung des ZDF, 2020